willkommen zurück beim tarant konflikt wir sind in trantor und auch wenn die ansicht etwas ungewohnt ist sind wir am m2 versorger angedockt ja gut müssen dockingplatz nicht bisher noch nicht hatte aber auch mal interessant station sei nie warte muss ich mal gucken wir haben jetzt noch ein navigator an bord den wollte ich loswerden und zwar an boris du hast eine lebenserhaltung für den frachtraum bekommen richtig und kriegst jetzt meine navigator und du brauchst noch ein kapitän also machen wir mal als erstes hier waren austausch mit boris und zwar bekommst du den hier passagier transferiert bitteschön viel spaß was fehlten dir noch frachtscanner brauchst du nicht sichtverbesserungssystem brauchst du nicht transporter könntest du gebrauchen du brauchst ein transporter software signaturverschlüsselung nein nein den könntest du gebrauchen aber aus den großen ok so was wollte ich jetzt so auftanken war warum hab ich schilder an bord 5 und eingehende nachricht energiezellen transferiert satelliten habe ich er im plasma kanon habe ich hurricane rakete brauche ich nicht kampfdrohnen habe ich gefechtsköpfe habe ich poltergeister habe ich das sind meine tornado rakete transferiert und die traktorstrahl behalte ich so jetzt kannst du mir energiezellen geben energiezellen transferiert was hast du denn jetzt ist angekommen in erzgürtel ja richtig du hast an nostrop öl nostrop öl transferiert schicke ich dir noch einmal rüber ja ich schicke ihn noch mal rüber wo waren das omikron war schon wieder gelb andock erlaubnis erteilt kommando akzeptiert erzähl ich doch nicht dass du das ganze dass du das ganze nostrop öl von einmal hin und her fliegen schon verbraucht hast der hat kein nostrum willst du mich verarschen wie viel verbrauchst du von dem schrott ok ich baue dem zwei nostrop öl l raffinerie gut soll recht sein das bedeutet ich werde als erstes nein quatsch nicht mein wisse du blickst schon wieder meine missionen in einer stunde bau sie die infrastruktur aus agonen foto impuls kanon spiel in heinrichs nebel so jetzt muss ich ganz schnell gucken wo ist adrian habe ich das schiff schon rüber gebracht nein nicht rand tor handel das war locker fotonen impuls kanonenschmiede da hast du dich schon gekauft faser repetieren schluss nein gut dann handelst du und kaufst mit einem fotonen impuls kanonenschmiede da brauche ich gar kein zahlen dafür fotonen impuls kanonenschmiede gekauft genau kommando konsolen navigation bringe mal bitte nach heinrichs nebel und guck dich mal bitte eingehende nachricht drüben um wo ist das kreuz das erkenne ich jetzt gerade nicht kommando akzeptiert so nostrop öl transferiert aus geschütz munition aus geschütze und flag artillerie ist auch keine hergestellt das werden wir jetzt ändern und zwar genau jetzt kommando was bricht mit dir info du bist ein 15 tausender kommando konsolen navigation spring und fliege zur station heinrichs nebel du wirst ein frachter andockerlaubnis erteilt kommando akzeptiert so und ich docke mal ab ach jetzt hab ich raus geschossen ich dachte ich häng schon draußen dran oder halt die ganze zeit vom fenster gehangen sprungantrieb wird geladen 10 prozent 20 30 40 50 prozent 60 70 80 90 initiere sprung erreiche system herrens nebel das kreuz ok notsignal von ketsu fuhne moment so kommando akzeptiert eingehende nachricht ding dong dong hervorragende arbeit so was ich jetzt machen werde ist muss ich mal ganz schnell gucken hier genau so oder machen wir mal so ich müsste es ja doch und zwar ähm omikron so ich habe gesagt ich möchte gerne meine sonnenblumenöl raffinerie m ich baue erstmal eine dazu wo kriege ich die her jana mosura ok alle halt hier peter hauptquartier die ist das ok das heißt ok schwinge mal bitte deinen hintern nach peter hauptquartier kommando akzeptiert omikron lüree hat ein notsignal eine basta ich müsste mal die trieb äh die dinger hier neu mit sortieren sprung antrieb wird geladen 10 prozent 20 30 40 50 prozent 60 70 80 90 initiere sprung erreiche system omikron lüree morgen willkommen in meinem sektor aufgeschaltet ich werde mal meine voreinigen bordschützen da oben ein bisschen ausschalten ziel ist nun in feuerreichweite nö der wurde nicht auf kein ziel danke das ging aber schnell eingehende nachricht hey hört auf auf das schiff zu schießen das ist jetzt meins ja morgen schiffssteuerung transferiert was haben wir denn da schönes eine basta der natürlich nichts kann wo der 2 der hatte mark 2 kampf drohne an bord ja gut pass auf kumpel dann bekommst du mal von mir mein maß aber nicht aufessen Zielprojektionserweiterung transferiert und ja nimm noch 2 kampf drohne mark 2 transferiert entfernt quatsch nicht andock erlaubnis erteilt ach ne halt ich muss ja nicht die landerlaubnis stellen bereit sondern ich muss ja das geht ja einfach bereit genau und dann holen sie auch die bei mann des raketen ja toll eingehende nachricht so du kaufst eine nostrop öl da sonnenblumenöl raffinerie dazu eine komplex bauteilsatz komplex bauteilsatz gekauft genau so zentrum der arbeit und um die bewege dich mal bitte kommande achte danke so seid ihr fertig so den verkauf ich aber ich denke nicht dass ich den gefühl brauchen kann eingehende nachricht genau so muss ich wieder frage quatsch leute besorgen apropos leute besorgen ich wollte doch in trantor gucken ich habe hier irgendwo das leutnant das flug lehrer du hast navigator ich dachte ich hätte auch irgendwo kapitän gehabt ich muss ich auch noch ausrüsten okay da muss ich mir kapitän besorgen seid ihr fertig er ist auf dem rückweg okay dann bereiten wir schon mal den kapitän vor da aldrin skiron was ein kapitän an bord kommando kommando konsole navigation docker an energie produktions basis andock erlaubnis erteilt kommando akzeptiert leutnant 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 frachtraum geschlossen ach dann nehme ich dich einfach kommando konsole navigation docker an energie produktions basis andock erlaubnis erteilt kommando akzeptiert genau so und jetzt nehme ich von trantor m2 zubringer gelandete schiffe mein personal zubringer du nimmst energiezellen auf energiezellen kommando konsole navigation springe und fliege zu station aldrin energie basis andock erlaubnis erteilt kommando akzeptiert so das wird die übliche rochade der kapitän geht in den personalzubringer dafür geht ein leutnant in das skiron und der links fängt wieder nur bei null an so ich bekomme keine drohne markt 2 transferiert ich bekomme dein maß ziel projektions erweiterung transferiert kommando kann man konsole navigation block bitte an andock erlaubnis erteilt kommando akzeptiert und sagt mir vor allem bescheid wenn du angedockt hast danke so wobei soweit ist der gar nicht weg frachtraum enthält nun geschützturm tor nyanas unterschlupf fliege ein stück näher fracht geschützturm und schmeißt die sehen noch gut aus und normalerweise müssen funktionieren wenn ihr eine durchfliegt dann soll der eigentlich hier die hucke vollkriegen so jetzt muss ich auf die andere seite vom sektor 20 kilometer was sind dein ziel oder sein zweifersorger du docks an meinem dock an aber ich glaube nicht dass du ein schiff kriegst so jetzt muss man gucken wie das denkt am ungünstigsten aufstelle wo fliegst du eigentlich rum du solltest doch nach da oben gehen habe ich gesagt du sollst sagen docken weicht aus aus ok also auf dem weg von dort nach dort muss er hier der station ausweichen gott was immer du sagst so morgen mal gucken ob ich das jetzt auf die harmlose art schaffe oder ob ich da wieder den großen zirkus ausfahren muss so kontrollzentrum warum ist das hier so dicht gepackt das war ja ah ne das kontrollzentrum ist dahinter ich wollte schon sagen den zirkus habe ich mir doch nicht ausgedacht hier junge 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 so mal schauen ob ich das ding einfach hier dazwischen klatschen kann da drüben hin computerwerk kontrollzentrum also orca ähm wo bin ich denn da so jetzt so jetzt eingehende nachricht eingehende nachricht so sieht doch gut aus oh nur signal von jetzt sieht es gut aus kommando akzeptiert ja wir werden jetzt später mal sortieren da werde ich noch mal fertig urlaub habe auf screen bis die zeit nehmen und wenn alles hier station schieben kommando kommando konsole spezial komplex bauteilsatz von dem kommando akzeptiert kommando akzeptiert 入 expositat kommando akzeptiert klingelingeling kommando akzeptiert kommando akzeptiert hat seinen platz erreicht so war aber erstens schiffswerft gelandete schiffe omikron siliziumfrachter was hängst du hier rum hülle 0 prozent schiff reparieren ach ja richtig der bist du kommando kommandokonsole handel kommando akzeptiert so und jetzt habe ich hier in der siliziummine kommando akzeptiert genau und der kristallfrachter nach nordstern kommando akzeptiert kann auch wieder starten so was sagt jetzt die anlage die produziert jetzt mehr nostrop öl als ich hier sonnenblumen habe na gut so das wäre jetzt hier unten die balance mir fehlt erz dafür haben wir den erzfrachter den holen wir ran und jetzt fehlen mir siliz na doch silizium scheiben holen wir ran und sonnenblumen fehlen mir jetzt das heißt da muss ich mir eine lösung einfallen lassen bevor meine sonnenblumen eingehende nachricht aufgebraucht sind was würden passieren weg der sonnenblumen raffinerie noch dazu klatschen quatsch keine raffinerie sonnenblumen gewächsstation ist das ja eingehende nachricht dann wäre ich wieder auf null das importiere ich okay das behalte ich mir am auge wenn der hier den vorrat aufgebraucht hat werde ich hier vielleicht überlegen ob ich eine sonnenblumen raffinerie wieder ran baue warum sind die graus geschütze schon wieder produkte das stimmt doch nicht nein warte kommandokonsole tralala wie halt komplexeinstellung genau flackartelle gierige drunter das und das geht runter ein gehende nachricht genau und die ein mega schule darfst du verkaufen und der rest gehört mir weil die will ich ja selber haben erz hast du genug dass er bisher in gebreit schafft passt ich würde sagen passen signal von geht zu fuhren so jetzt ihr die rana wvh warum ach stimmt der hört ja auch zu aber der hat schon navigator an bord dann kommando akzeptiert gleich wieder starten eklipses angekommen mein personal zu bringen als angekommen dann fehlt noch skiron der dürfte auch gleich ankommen sehr gut sehr gut so dann werde ich eingehende nachricht das ist das kiron kurz sie auftanken m2 versorger das sind zwei versorger umgekommen ach ja richtig du bringst ja die ganze zeit energiezellen rüber kommando kommando konsole handel start interne waren logistik und wach weiter akzeptiert sektor karte wie viel ist eigentlich jetzt da drüben gelandet 13.000 energiezellen sind sind jetzt da drüben na wunderbar das heißt ich könnte hier mein m2 wieder aufladen okay ich lade jetzt eine nachricht energiezellen skiron also personalzubringer kommando kommando konsole slot personal transferieren skiron der kapitän ist meine danke so gut jetzt sd eclipse kommando kommando konsole kam sr und pilot pilot ein anderes schiff zu teilen skiron danke jetzt kampf starte sr und d fliegst du wieder raus akzeptiert tschüss rekrut und skiron kommando kommando konsole kampf starte sr und d du bist leutnant das heißt du startest jetzt auch akzeptiert tschüss und was den kapitän draus und du kommando kommando konsole navigation springer und fliege zu station trantor und bringt den kapitän nach hause erlaubnis erteilt kommando akzeptiert sehr gut ich habe aufgetankt und fliege auch nach hause aber wie ist es das geschafft jetzt dürfte die station ja eigentlich nicht mehr blinken ausgeschützt munition genau kristalle hast du noch 3000 silizium scheiben hast du genug das zeug produziert du jetzt mehr als du hier produziert das heißt theoretisch müsste der hier die 100.000 sonnenblumen verbrauchen gut energiezellen haben wir mehr als genug der rest hier oben ist dann für mich flack artillerie und gauss geschütze das heißt ich fliege jetzt nach hause sprung antrieb geladen 10 prozent 20 30 40 50 prozent 60 70 80 90 initiere sprung erreiche system trantor so apropos bevor ich jetzt hier an zentrum andocke würde ich gerne mal gucken was du gerade machst eine stunde 48 minuten also mindestens drei folgen ich glaube es wird dieses jahr noch was der baut den greif sehr gut und danach muss ich dann gucken dass ich zeugs materialrand schaffe für den nächsten greif kontrollzentrum das heißt da müssen wir uns jetzt innerhalb der nächsten drei folgen drum kümmern weil dann wird er da drüben langsam fertig bis dahin sagen ich danke fürs zuschauen danke für eure tipps und kommentare macht's gut genießt den tag und vor allem grüner schuppen zumindest bei grüner schuppe haben wir das festgestellt muss ich öfters gucken ich sehe noch kuh für mein grüner schuld schild schild wollen wir ähm als signal von schild kommando akzeptiert apropos omikron lüree vor der noch weiter rumgondelt kommando konsole navigation spring und fliege zu stationen fliege wie nach argon prime erlaubnis erteilt kommando akzeptiert so ich muss ich würde gerne abspeichern bevor ich mich mit die kuh anleger grüne schuppe ja pass auf wir machen folgendes ich speicher jetzt ab und in der nächsten folge steigen wir in den jochen um bohres ist das ja kommando abkommando akzeptiert da hätte ich eigentlich angedockt lassen können eingehende nachricht egal wir doch jetzt hier an und in der nächsten folge ist dann das kuh dran und bis dahin sage ich jetzt noch mal danke fürs zuschauen dank wird zum kommentar macht's gut genießt den tag und vor allem see you later andock vorgang erfolgreich willkommen zu hause an bord verbindung zum örtlichen handelsnetzwerk hergestellt handelsetwerk hergestellt D Bis zum nächsten Mal.